Hallo Leute, ich richte gerade das Klassik-Superbike her, weil ich da bei der Yamaha Reining Akademie in Mugello mal ein paar Runden damit drehe, einen ersten Funktionstest, nachdem sie ja drei Jahre gestanden ist. Das heißt, neue Brennflüssigkeit rein, dann ist das Öl ein bisschen aufgefüllt, alles ein bisschen nachgeschaut, frisch angestartet. Metzler unterstützt das Projekt mit meinem Einmal-Comeback auf der I of Man und somit haben wir dort auch frische Reifen drauf. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das Ding geht im Vergleich zu den modernen Bikes auf der gleichen Rennstrecken. Das ist sicher cool, ich werde ein bisschen was filmen und natürlich aufnehmen. Am nächsten Livestream zeige ich euch dann, was da abgegangen ist in Mugello. Und was ich euch noch sagen wollte, das ist auch wahrscheinlich jetzt eine von den letzten Möglichkeiten, dass ihr euch anmeldet für die I of Man. Ich habe noch ein Zimmer frei in der Trainingswoche, ich habe noch ein Zimmer frei in der Rennwoche und ich habe in der Luxusunterkunft auch noch was frei. Also, eine Luxusunterkunft, die preislich nicht Luxus ist, sondern leistbar ist. Kommt und meldet euch an. Schaut euch gleich auf meine Seite, saiga-racing.com bei den Fantrips. Also, ich freue mich schon. Ciao. Ciao. Wum, 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 wum.